In diesem Video schauen wir uns Bitcoin und Cardano an, denn Bitcoin bricht hier bestätigt nach oben hin aus und was das jetzt hier für Preisziele für uns zur Folge haben könnte, werde ich euch ganz genau in diesem Video zeigen und vor allem was das Strike of Accumulation Pattern wieder damit zu tun hat und ob es realistisch ist, dass jetzt diese Preisziele reichen. Außerdem schauen wir uns wie gesagt hier Cardano an, denn hier sieht es auch sehr spannend aus, hier sind wir auch mit einer Breakout Bestätigung nach oben hin ausgeworfen und was das für Preisziele hier für uns zur Folge haben könnte, werde ich euch auch ganz genau erklären. Wir haben ja gestern hier an dieser Stelle einen Trade eröffnet, also die Leute die in meiner VIP Gruppe sind wissen da Bescheid und bei Bitcoin sind wir mittlerweile über 33.000 Dollar im Profit, das heißt ca. einen Bitcoin im Profit, über 100% mit dieser Position gemacht. Schauen wir uns Cardano an, sind wir da mittlerweile auch 14% hier im Profit, über 2.000 Dollar mittlerweile, also mega mega geile Trades, die wir hier an dieser Stelle genommen haben und wenn euch dieses Video gefällt, nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, geht hier unter dieses Video, drückt den Daumen nach oben, wird mich mega unterstützen, kostet euch auch nur 2 Sekunden. Von eurer Zeit und wird mir mega weiterhelfen, damit auch andere Leute hier auf YouTube dieses Video ausgestrahlt bekommen und ich würde sagen, wir starten jetzt an dieser Stelle direkt mal mit dem Content. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Crypto Deutschland, in diesem Video schauen wir uns Bitcoin und Cardano an. Es wird aktuell wieder sehr 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 spannend, was ich hier noch vorher sagen wollte, heute um 17 Uhr, also schon ein paar Stunden, werde ich einen krassen Livestream hier auf YouTube starten. Also seid da an dieser Stelle auf jeden Fall dabei und kommen mit in den Livestream, beispielsweise gestern haben wir hier diesen Cardano Trade entdeckt, den wir dann auch genommen haben. Also lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr hier im Livestream dabei seid. In diesem Video schauen wir uns wie gesagt Bitcoin und Cardano an und zwar sind wir ja hier an dieser Stelle long gegangen, nachdem wir hier dieses Fake Out predicted haben und das geshortet haben. Warum wusste ich denn oder warum habe ich denn hier vermutet, dass wir ein Fake Out haben und danach nach oben ausbrechen? Aufgrund des Wike of Accumulation Patterns, hier sind wir ja gefakeoutet und danach nach oben hin ausgebrochen und deshalb haben wir das Fake Out geshortet und sind dann hier erst hier unten in den Trade eingestiegen. Hat sich auf jeden Fall mega krass gelohnt, also da nochmal herzlichen Glückwunsch an alle die in meiner VIP Gruppe sind, die das getradet haben. Ich blende hier an dieser Stelle nochmal den Bitcoin Trade ein, einmal wo wir geshortet haben und einmal wo wir jetzt gelongt haben. Beide Trades waren sehr 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 profitabel, mit dem einen Trade habe ich ca. 0,7 Bitcoin gemacht, mit dem anderen Trade habe ich mittlerweile 1,5 Bitcoins plus gemacht, in dem ich auch gerade noch aktuell drin bin. Hat sich auf jeden Fall mega gelohnt und jetzt blende ich hier auch nochmal den Cardano Trade ein, den wir hier gestern gemeinsam genommen haben. Also mega mega krasse Trades, wenn ihr auch in meine VIP Gruppe kommen wollt, klickt hier unter diesem Video auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann für meine VIP Gruppe anmelden, ist auch monatlich kündbar, also da keine Sorge. Und jetzt machen wir direkt mal weiter mit Bitcoin. Ist es denn jetzt hier in meinen Augen realistisch, dass wir dieses Preisziel erreichen? Und ich sage euch ehrlich, definitiv ja. Und das Strike of Accumulation Pattern war jetzt sehr genau. Wir konnten diesen Fake Out vorhersagen, sind hier perfekt long gegangen, weil wir wussten, dass, oder beziehungsweise vermutet haben, man hat ja nie eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, wir haben auf jeden Fall hier vermutet, dass wir hier an dieser Stelle long gehen können. Jetzt hatten wir hier auch noch ein Falling Wedge, was wir ja quasi auch getradet haben, ist nicht perfekt ausgebrochen, aber jetzt haben wir mittlerweile auch von diesem Falling Wedge hier das Preisziel erreicht, was auf jeden Fall mega mega krass ist. Das heißt, hier haben wir auch eine kleinere Korrektur gesehen, also eine kleine Red Candle. Allerdings sind wir heute über die Nacht wieder krass bei Bitcoin gebounced. Wir sehen auch hier, wenn wir einfach mal ein bisschen näher hier ranzoomen, dass wir hier perfekt den Retest bekommen haben und dann stark gebounced mit viel Volumen, also mit einer starken 4-Stunden-Kerze, was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das heißt auf jeden Fall, Bitcoin hat jetzt sehr, sehr gute Karten, oder ich würde die Wahrscheinlichkeit besser gesagt, auf ca. 70% schätzen, dass wir in den nächsten Wochen hier unser Preisziel von ca. 40.000 Dollar erreichen. Wir müssen natürlich nicht ganz bis zu oben auf dieses Preisziel kommen. Ich werde auch vorher hier noch Profite nehmen, wir werden auch noch Korrekturen hier sehen, aber ich schätze insgesamt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir in den nächsten Wochen hier oben unser bullisches Preisz-Target erreichen. Einfach aufgrund, auch weil das Strike of Accumulation Pattern hier so genau war, wir konnten diesen Fake-Out hier predikten, shorten und sind dann, oder haben quasi jetzt den besten Long-Einstieg für diesen Break-Out überhaupt bekommen. Also das war mega, mega, mega geil und genau deshalb denke ich auf jeden Fall, dass wir gute Chancen haben, hier auf jeden Fall erstmal wieder krass zu steigen. Warum denke ich das noch? Weil wir natürlich hier auch diesen krassen Abwärtstrend, den wir hier hatten, haben wir jetzt endlich durchbrochen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja hier und hier hatten wir diesen Abwärtstrend auch viel stärker durchbrochen, ja. Aber hier an dieser Stelle wurden wir von Elon Musk gedammt, aufgrund dieser Twitter-Post, die er gemacht hat. Ich denke mal, das hat jeder mitbekommen, habe ich ja auch einige Videos zu gemacht. Und hier war es ja offensichtlich, dass wir den Fake-Out kriegen, beziehungsweise es war im Strike of Accumulation Pattern, dass wir hier einen Fake-Out sehen. Außerdem waren wir hier in einem Rising Wedge und hier hatte ich euch ja auch gesagt, das technische Preistil liegt hier unten am Ende dieser gelben Support-Box. Allerdings glaube ich nicht, dass wir dieses Preistil erreichen, sondern wir sind hier Long gegangen, also mega, mega krasse Trades, die wir hier gemacht haben. Und genau, das heißt, bei Bitcoin ist die Wahrscheinlichkeit jetzt relativ hoch, dass wir jetzt hier unser Preistil erreichen. Jetzt, wenn ihr mich fragt, hier an dieser Stelle würde ich jetzt nicht unbedingt einsteigen, also jetzt neuen Trade einsteigen. Ich bin ja jetzt schon hier unten in den Trade eingestiegen. Auf jeden Fall mega gut und plus kann mit diesem Trade nichts mehr verlieren, weil ich meinen Stop-Loss über dem Entry-Preis habe. Und genau, wir müssen jetzt hier, falls man nochmal einsteigen will oder die Position vergrößern, dann will ich nochmal auf eine kleinere Korrektur warten, wo es sich dann auch wirklich lohnt einzusteigen. Aber man sollte nicht, wenn man Long traded, die grünen Kerzen kaufen, sondern eher beispielsweise hier in dem Bereich, wo wir die roten Kerzen sehen, an die Confirmation setzen. So, jetzt schauen wir uns hier mal Cardano an, weil Cardano auch, sieht auch sehr, sehr, sehr bullig aus. Wenn man sich hier die E-Mail Ribbon anschauen, müsst ihr mir sehen, dass wir hier die E-Mail Ribbon getestet haben und jetzt auch weiterhin halten. Wir sind hier nach oben ausgebrochen, haben diesen Breakout dann auch bestätigt. Wir sind vorher hier einmal nach unten mies gefakeoutet, haben dann aber letztens Endes diesen Breakout nach oben hin bestätigt, sind auch dann hier gestern gemeinsam in den Trade reingegangen. Ich blende hier nochmal ein, was ich da ganz genau in meine Patreon-Gruppe reingeschickt habe. Wir haben jetzt hier perfekt den Trade genommen, sind hier auch aktuell mega, mega gut im Profit. Ich persönlich denke nicht, dass wir hundertprozentig dieses Preis hier erreichen werden, bei 1,68 Dollar. Ich werde auf jeden Fall vorher auf dem Weg nach oben Profite nehmen, weil auch hier oben müssen wir definitiv wieder mit einer stärkeren Korrektur rechnen, da wir dann das Preisziel erreicht haben. Und insgesamt sieht Cardano bullisch aus. Hier stellt sich die Wahrscheinlichkeit auch ca. auf 70%, dass wir jetzt hier in den nächsten Tagen und Wochen steigende Kurse sehen. Wir werden natürlich jetzt nicht nur Green Candles sehen, sondern definitiv, wir werden auch rote Kerzen sehen, aber die kann man dann einfach aufkaufen, beziehungsweise wir können bei so roten Kerzen dann perfekt nochmal in die Position nachzahlen. Hier bei dieser Confirmation hier quasi war ich schon am Schlafen, deshalb habe ich hier nicht mehr nachgezahlt. Und genau, bin aktuell trotzdem mit einigen in dieser Position drin, bin sehr gut im Profit, also ein mega, mega guter Trade. Das war es ja auch soweit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, wenn ihr meine VIP-Gruppe bekommen wollt, um keine wichtigen Trades mehr zu verpassen. Wie gesagt, klickt hier auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video, beziehungsweise heute um 17 Uhr hier auf YouTube in meinem Livestream. Und bis dann und ciao.